Hallo YouTube, Hildi! Seit ein paar Monaten endlich mal wieder Hildi, ne? Und wie ich eben erfahren habe, Patch 2.4. So. Also, nochmal abschließend, um das zu sagen, ich kann das nicht beeinflussen, ob ich Final Fantasy weitermache oder nicht. Ich würde gerne die Story weitermachen ab dem nächsten Patch. Ob's klappt von meinem Item-Level her und so weiter, weiß ich nicht. Und, äh, ja, das ist der Stand. Ich kann's nicht beeinflussen. Schauen wir mal. Ja, das ist auch gut so, dass man einen Pay-to-Win-Shop nicht akzeptiert. So. Oh, jetzt muss ich erstmal, kleinen Moment. Im Hintergrund hört ihr übrigens meinen Sohn weinen. Der hat ein bisschen Schnupfen. Meine Frau ist bei ihm. Aber weit über das Baby-Phone. Der Arme. Was ist los, Herr Gr... Ach, die Ellie. Stimmt. Lange nicht gesehen. Was ist los, Herr Kriminologe? Wittern wir etwa einen neuen Fall? So wie den gerade vor der, äh, Nanava-Mine? Boah, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Nee, Potion ist hier ein Pay-to-Lose, ne? Das stimmt. Pay to make you unbeliebt. Also, wir haben leichtes Kindergewein im Hintergrund. Kennt ihr ab und zu bei mir, ne? Ruhe, wer der Ellie, stört nicht meine Konzentration. Etwas, etwas Böses ist hier. Ein krimineller Energie, die ja Niedertracht nicht zu überbieten ist. Sollte das etwa der Fall von... Der Feller. Der Feller von Ulda sein? Stimmt, da war was, ne? Stimmt. Es geht um den Mitropokal im Kolosseum, wo wahrscheinlich das Phantom mit den tausend Gesichtern den Preis stellen will. Richtig. Das hatten wir schon, da waren wir relativ lang in Ulda sogar und haben mit diesen mit diesen, äh, Drilling oder Feeling oder was das war gesprochen. Ne? Tut mir leid, ich... Das ist schon so lange her. Genau, und wir nehmen teil, um den zu entlarven, ne? Und das ist Ultros. Elende. Seht, was ihr aus meinem schönen Antlitz gemacht habt. Meine Chancen bei der ultischen Weiblichkeit sind dahin. Sprecht euer letztes Gebet. Aha. Rein zufällig ist mir gerade ein tollwütiger Schimärer aus dem Kolosseum von der Leine entwischt, die ich hier Gassi geführt hatte. Der dämliche Krieger des Lichts und dieser verflixte Kriminologe werden ihr blaues Wunder erleben. Stimmt, gegen den haben wir auch schon irgendwas gemacht, ne? Der hat uns verfolgt, glaube ich, in Ulda. Das Portiermonster des Kolosseums, das sich mit einer der Favoritinnen zusammen... Stimmt! Stimmt, stimmt, stimmt. Jetzt kommt das so ein bisschen kommt es wieder. Soll ich jetzt gegen den kämpfen? Schon? Greift er mich an? Na du, wo bleibt denn manche Märchen? Da ist er. Stimmt, das war auch unten an diesem See oder an dem Wasserfall, so, ne? Wo wir waren. Hätte mir die letzten Folgen nochmal angucken sollen. Okay, deswegen weiß ich noch so genau, ne? Hey, das ist Tierquälerei. Was fällt diesem Mistkerl ein? Das nette Mistkerl. Das ist ein guter Mann, ist das. Vater, dass der Blutdurst, den ich gerade gespürt habe, war deine Jagdlust? Und ich dachte schon, wir könnten endlich den Fäller von Ulda dingfest machen. Na sieh mal einer Al, Hildi Brand, mein Wonneproppen. Was führt dich denn her? Ich für meinen Teil arbeite an einer neuen Kreation, einem Familienring. In die Steppe zog es mich, um Material und Inspiration zu sammeln. Ja, was du nicht sagst, aber klar, das hätte ich eigentlich sofort an deiner Arbeitskleidung erkennen müssen. Wenn du uns jetzt bitte entschuldigen würdest, aber mir steht ein Kampf im Kolosseum bevor. Sag nicht, du nimmst am Mitril-Pokal teil, mein Junge. Das will ich mir nicht entgehen lassen. Wink deinem Papa auf den Regen zu, hörst du? Ich bin ja so stolz auf dich. Der Kriminologe ist der Sohn dieses Muskelbrotzes. Wenn sein Vater ihm auch nur ein Zehntel seiner Kraft vererbt haben soll, kann Avila einpacken. Wie konnte ich mich nur so in ihm täuschen? Hilly ist nicht zu unterschätzen, mein Freund. Sagt wer? Ah, Gilgamesh. Hilly und Gorbi, endlich habe ich euch gefunden. Du bist kein gewöhnlicher Krieger. Solltest du etwa ein Freund dieses lästigen Kriminologen sein? Freund? Jawohl, fein. Ich bin Gilgamesh, der wandernde Fechtmeister. Du bist ein Feind? Na wunderbar, das macht dich nämlich zu meinem Freund. Sag schon, Kumpel, wo liegt sein Schwachpunkt? Das wüsste ich auch gerne. Sieh dich vor, dieser Krieger des Lichts ist sogar noch stärker. Und das aus dem Mund eines Fechtmeisters. Mit wem habe ich mich da bloß angelegt? Mit einem überaus mächtigen Gegner, mein Freund. Lass es lieber bleiben. Du siehst zwar nicht wie der unfähigste Krieger aus, aber die zwei sind die haushoch überlegen. Allein schaffst du das nie. Dann tut euch halt zusammen. Und jetzt entschuldige mich bitte. Ich werde gesucht. Ich sollte nicht zu lange an diesem Ort verweilen. die stehen übrigens zwei, drei Meter neben mir. Gobbi, ich werde dich im Stau kriechen lassen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Allein bin ich denen nicht gewachsen. Dann muss ich den Plan, sie vor dem Kampf auszuschalten wohl begraben. Dann macht das halt während des Kampfes. Aber mir bleibt ja immer noch das große Finale. Und mein Ass im Ärmel, mein alter Bekannter, der mir schon oft aus der Klemme geholfen hat. Ist jetzt gerade gegen einen Baum gerannt. Ein Ring, der die fließenden Bewegungen eines Kopffüßlers nachahmt. Okay, wie auch immer das gehen soll. Wieso bin ich da nicht früher drauf gekommen? Heiliger Leviathan, der verrückte Alter hat mich entdeckt. Entdeckt? Okay. Nicht so schnell, Freundchen. Du hast mir noch gar nicht dein Materialsortiment gezeigt. Genial. Muskelbrotze, ich hasse euch alle. Geile Kameraeinstellung. Der Hellbesen, so ein schöner Reitbesen. So, ein Schlück Lemon Soda. Ort wäre auch nice gewesen. Naja. Oh, stimmt der Bester, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, das wollte ich auch noch machen. haben die gleich eine komplette Staffel hochgeladen. Gut, dass wir meinen Vater so schnell losgeworden sind. Ein Kopf im Sand pro Tag reicht mir. Vor dem Kolosseum sammeln sich immer mehr Leute. Es sollte jetzt jeden Moment losgehen. Avila können wir zwar nicht in die Trickkiste schauen, aber immerhin scheinen wir dem Fäller von Ulda ein Schnippchen geschlagen zu haben. Vermutlich hatte er einfach zu viel Angst vor mir. Und wer könnte es ihm verdenken? Bald schon wird die ganze Welt von meinem Kampfkünsten im Kolosseum erzittern. Gut, dieses Obergling muss ja auch sein. Ich meine, gerade bei dieser Questreihe merkt man es ja extrem. Ja. Ach, sind da wirklich In-Game-Szenen drin? Krass. Und ist auch wirklich die Story? Also ist es wirklich diese Story, die wir jetzt hier alle zusammen gespielt haben mit der Community? Wie man so schön sagt als Streamer? Oh, das macht ja nichts. Drama-Serie ist doch ganz cool. Man soll es ja auch nicht ins Lächerliche ziehen oder so, ne? Ah, okay. Ich muss echt mal reinschauen. Ich habe nur so selten Zeit dazu und meine Frau will das bestimmt nicht mitgucken. Naja, sie guckt Game of Thrones, ich gucke das. Okay. Nicht zu viel verraten. Ja, ich gucke es mir einfach an, aber trotzdem sind ein paar Infos vorab ja schon ganz nett. Wir können auch alle schweigen hier, Kimi. Kein Problem. Ah, ja, stimmt. Das habe ich gesehen oder gelesen. Das habe ich gesehen oder gelesen. Genau. Stimmt, jetzt dämmert es. Also dann, meine Freunde, es bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als diesen Fall so zu lösen, wie ich es am liebsten habe. Von Angesicht zu Angesicht, unerschrocken und wieder jeder Gefahr, direkt in die Höhle des Löwen, dem Kolosseum von Ulda. Ich werde mich Avila stellen, in der Hoffnung, dass du mir in der Arena kein Klotz am Bein bist und die Schurkin vor versammeltem Publikum überführen. Doch vorher sollten wir uns bei Ultros noch nach dem Ablauf des Kampfes erkundigen. Ich möchte verhindern, dass unsere listige Gegnerin mir aus irgendwelchen im Kleingedruckten versteckten Regelverstößen einen Strick dreht. Ein guter Kriminologe ist schließlich stets auf alle Eventualitäten vorbereitet. Wohl an, meine Freunde. Auf ins Kolosseum. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Ja, das stimmt. Das schafft kein Stream. Wir müssen anscheinend Metallkreuzgang. Ja, mir macht das nichts. Meine Frau mag das nicht. Die mag auch keine englischen Filme mit deutschem Untertitel, obwohl sie gut Englisch kann eigentlich. Aber die mag das nicht. Sie sagt immer, sie kann da nicht so gut entspannen. Das stimmt auch. Man muss halt konzentriert dabei sein. Aber japanisch mit deutschem Untertitel dann eh. Sorry, wenn ich auch und ab und zu mit den Augen so blinzeln oder rolle. Ich muss immer ein bisschen die Kontaktlinsen nur justieren. Es sind immer noch keine nervösen Zukunft. Puh, ich bin froh, dass ich diesem Verrückten entkommen konnte. Schade nur, dass das nicht auch für all meine Zähne gilt. Und an allem ist nur dieser nervige Kriminologe schuld. Wie gut, dass auf meinen Meister Verlass ist. Ihr werdet mich rächen, nicht wahr, Meister? Schon bald serviere ich euch die Idioten auf dem Präsentierteller. Wartet einfach hier. Ungar. Ach ja, ich finde, das geht eigentlich ganz gut, Kimi. Ich finde, dass das, ich, mir macht das nix aus. Aber ich mache das halt nur bei Sachen, die ich wirklich gucken will und die es auch nicht auf Deutsch gibt. Und wenn mir was wirklich gut gefällt, dann gucke ich es erst auf Deutsch und dann gucke ich es danach nochmal auf Englisch, aber dann ohne Untertitel. Aber kommt ganz, ganz selten vor. So. Werte Ultros, ihr seid beschäftigt. Ich wollte mich eigentlich nach dem Ablauf meines großen Finalkampfs erkundigen. Ich, äh, es tut mir furchtbar leid, aber ich muss vor Beginn des Kampfes noch das Büro, äh, putzen. Die Böden sind schon gebohnert, weshalb ich euch momentan keinen Zutritt gewähren kann. Ihr könntet ausrutschen und euch, wer weiß was, stoßen. Seht euch nur meinen Kopf an. Das sind Bollen da oben drauf. Okay. Ach, das sind Pflaster da oben drauf. Ach, jetzt. Hunger. Sind wir wohl etwas zu früh aufgekreuzt? Das tut mir leid. Allerdings entschuldigt bitte diese unerhörte Frage. Aber mir war gerade, als hätte ich von jenseits der Tür eine Stimme vernommen. Das ist völlig unmöglich. Niemand ist im Büro. Ich setze doch die Gesundheit unserer edlen Gladiatoren nicht aufs Spiel. Ihr müsst meinen Magen knurren. Ja, meinen Magen knurren für eine Stimme gehalten haben. Äh, Bonan macht ganz schön hungrig. Haha. Ja, ist halt eine Story, ne? Haben sie die Timeline jetzt so ganz im Auge gehabt wahrscheinlich. Oder sowas besser umzusetzen. Hunger. Dann klingt dein Magen aber komisch, Herr Ultras. Wie heulender Wind. Häst. Häst. Hast du vielleicht ein Loch im Bauch? Durch, durch das es zieht? Das, äh, ich muss mal wieder ganz in Gedanken versummt. Ganz in Gedanken versummt haben? Was ist denn das? Okay. Ist halt so. Eine alte Marotte von mir kann ich mir einfach nicht abgewöhnen. Die Melodie hat mir mein Onkel immer vorgesungen. Wie ging das noch gleich? Hunger, Humba, ja genau. Humba, 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 Tätere. Das ist doch bestimmt auf Englisch komplett anders, aber weil auf Englisch gibt es bestimmt nicht Humba, 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 Tätere. Oh, oh, oh. An euch ist ein begnadeter Tenor verloren gegangen, wie es scheint, werte Ultras. Priadien. Ah, Gorbi, ich habe die schon gesucht. Wir müssen reden unter vier Augen. Kannst du kurz mitkommen? Die Ingame-Chats und Charakter auch synchronisiert, da cool. Ja, ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken. Äh, ist mit dem Reden oder was? Hallo? Äh, really? Geil. Eine komplette Wand aufgebaut. Super. Habt ihr etwas herausgefunden? Ich habe noch nicht 90 Tage für das Mount aufgeladen. Ich weiß erstens nicht, was für ein Mount und warum soll ich auch gerade momentan für 90 Tage aufladen? Das wäre ja fatal. Na? Verstehe, Avila möchte den Sieg also für ihre Schwester erringen und um sicherzustellen, dass sie auch tatsächlich gewinnt, hat sie Vorbereitungen getroffen. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass sie einen Komplizen hat und die Drachen sollen mich holen, wenn das nicht Ultros ist. Ich habe in Erfahrung gebracht, dass Ultros nach seiner Beschwörung durch die Taumaturgen für einige Zeit einen, wie soll ich sagen, sehr verschwenderischen Lebensstil pflegt und beträchtliche Schulden angehäuft hat. Das kommt davon, wenn man jedem Rock in der Stadt hinterherläuft. Als Portier weiß er über die Turnierteilnahme Best Turnierteilnehmer bestes Bescheid. Das würde mich gar nicht wundern, wenn er gefährliche Gegner, die möglicherweise auf Avila getroffen wären, aus dem Weg geräumt hat, um dann seinen Anteil vom Preisgeld einzustreichen. Doch das erklärt immer noch nicht ihre Schwertwirbel. Wenn wir im Finale blauäugig gegenüber treten, ist nicht nur dein Sieg, sondern auch dein Leben in Gefahr, Gorbi. Wir müssen ihre niederträchtigen Tricks unbedingt aufdecken. Wenn ich mich vorhin nicht verhört habe, haben einige Bedienstete des Kolosseums gerade heute Abfälle aus den Qualifikationskämpfen zur Abholung in die Perlengasse gebracht. Vielleicht finden wir unter ihnen einen Hinweis auf Avilas Machenschaften. Wärst du so gut dich dort einmal umzusehen? Natürlich. Ab in die Perlengasse. Wir laufen, ne? So lange nicht mehr in Ulta rumgelaufen. Aber ich bekomme es ansonsten trotzdem. Das ist doch super. auch wenn der Count vor auslaufen sollte und ich den danach nochmal aktiviere. Ah, okay. Alles klar. Verstanden. Alles klar. Also in diesem Zeitraum muss ich vom Prinzip dreimal zahlen. Na? Krass. Den hat ich nachher harmonisiert. Wie geil. Das ist ja lustig. Okay, alles klar. Hab's verstanden. Dankeschön. Gut. Wird entweder passieren oder nicht. Dementsprechend wie es weitergeht, ne? Klar. Ist dir ein Beweis in die Hände gefallen? Ja, bitteschön. Van Handschalen. Hauptsächlich Handzettel und Plakate. Moment, was ist das? Ein Beutel und der riecht geradezu ekelerregend. Was hat der unter all den Papierabfällen zu suchen? Ob jemand unauffällig einen Beweis verschwinden lassen wollte? Dem Aufdruck nach wurde der Beutel bei Synth Goat erworben. Wir sollten ihn umgehend einer Befragung unterziehen. Am Anfang ist es September, oder? 4.1? War das Zufall Elbester, dass du in der Urlaub hast, oder? Extra so genommen. Äh, hier muss hin. Ah, das ist Synth Code. Okay. Also, wusstest es schon. Also, extra dafür genommen, ne? Extra dafür genommen, und trotzdem war es Zufall. Ah, Kundschaft, was kann ich für dich tun? Ja, im Hinterkopf, im Hinterkopf war das schon drin. Du hast nur in dem Moment nicht dran gedacht, ne? Ein Spaß. Das ist ja Blödsinn, für sowas Urlaub zu nehmen. Ganz ehrlich. Oh, ein Bündel aus meinen Beständen. Wollt ihr etwa etwas reklamen? Boah, dieser Geruch der Beutel kann nur von Ultros sein. Ultros hat diesen Beutel bei euch erworben, guter Mann. Daran besteht kein Zweifel, diese stinkende Goldtrüffel kauft sonst niemand, aber Ultros scheint geradezu versessen auf das Zeug zu sein. Jede Woche muss ich im Nachschub besorgen. Hm, extravagante Essgewohnheiten also nicht mehr. In der Sache Avila bringt uns das nicht weiter. Was fällt dir ein? Hildi? Wo ist denn Hildi? Ach, der ist noch gar nicht da. Was fällt dir ein, in diesem Fall eigenmächtig zu ermitteln, Brilli? Und überhaupt, das Finale beginnt jeden Augenblick. Mürrische Aue ist schon ganz nervös, weil von euch weit und breit nichts zu sehen ist. Was sucht ihr hier überhaupt? Puh, was das für ein widerlicher Gestank. Diese schimmelige Note, dieser stechende Geruch, keine Frage. Bei diesem Duft kann es sich nur um fermentierte Goldtrüffel handeln. Ah, kennt sie aus, der Hildi. Wenn man sie anbrät, verschwindet der Geruch und macht die Pilze zu einem Feuerwerk für jeden Gaumen. Meine werte Mutter hat sie oft für mich zubereitet. Was du nicht sagst, das wäre mir neu. Muss man beim Anbraten auf irgendwas achten? Was ist jetzt los? Geht es zum Koch-Rezepti oder was? Kommissar Tölpelfeld hat mal wieder einen ausgezeichneten Riecher bewiesen, wie mir scheint. Nun, wie auch immer, wir sollten zum Kolosseum zurückkehren, bevor myrische Aue das Finale ohne uns einläutet. Ja, ja, ich weiß, da war ja nur Spaß, weißt ihr. Ja, ja, gimme. Klar. Der Kolosseum Kuh. Wir haben so viel Zeit auf der Suche nach Avilas Geheimnis verbracht, dass wir darüber hinweg fast unser eigentliches Ziel vergessen hätten, das Phantom davon abzuhalten, in den Besitz des Azaymarings zu gelangen. Der große Finalkampf beginnt jeden Augenblick. Wir sollten auf der Stelle zu Myrische Aue ins Kolosseum zurückkehren. Ich werde Avila während des Kampfes beobachten. Halte ich von ihr fern, bis ich ihren Trick durchschaut habe. Kämpfe wacker, wie wir es von dir kennen. Und der Sieg wird dir gehören. Also nicht auf Avila drauf gehen. Okay. Hast du dein Multistream an, wenn die beide gleichzeitig Try haben? Ah, da seid ihr ja endlich. Der Gong für das große Finale wird schon bald die Mauern des Kolosseums zum Beben bringen und dann beginnt ein packender Kampf. Jeder gegen jeden, der die Zuschauer von den Sitzen reißen wird. Ultrus war von deiner Teilnahme so begeistert, dass er sich selbst auch ins Schlacht stürzen wird. Wahrlich eine Schau der Superlative. Mit den haben wir vier Streams. Geil. Die Wetteinsätze sind so hoch wie nie in der Geschichte unseres schönen Kolosseums. Das freut natürlich auch unseren Geldgeber, die Amachina Bergbau AG. Sicher wird sie schon bald den nächsten Mitril-Pokal bei uns abhalten. Und egal wie dieser Kampf auch ausgeht, für mich ist er schon jetzt ein großer Gewinn, insbesondere wegen meines kleinen Extra-Einkommens. Also, bist du bereit für den Kampf? Das Publikum kann es kaum erwarten. Ausgezeichnet. Dann mal rein in die gute Stube. Also, ich soll mich von der Tussi fernhalten. Seht, verehrtes Publikum, ach, sehr verehrtes Publikum, vielen Dank für eure Geduld. Ich kann euch versprechen, das Warten hat sich gelohnt. Ein Kampf wie heute hat es in der Geschichte des Kolosseums noch nicht gegeben. Bitte erlaubt mir, die Finalisten des Mitril-Pokals der Amalcina Bergbau AG vorzustellen. Neben dem Wirfelwind Avila und dem ruhmreichen Krieger des Lichts beehrt uns diesmal auch der meisterliche Kriminologe Hildibrand mit seinen Kampfkünsten. Schauen wir mal, ne? Doch das ist längst nicht alles, meine Freunde. Eben noch am Empfang, jetzt schon auf der Schaubühne, darf ich um einen tosenden Applaus für unseren allseits beliebten Portier Ultros bitten. Danke, danke, das wäre doch nicht nötig gewesen. Und jetzt wird es spannend, sehr verehrtes Publikum, die Finalisten stehen sich gegenüber, doch nur einer kann den ersten Preis erringen. Wer ist es würdig, den Azaymar-Ring zu tragen? Möge der Bessere gewinnen. Komm, erst noch ein kleines Wort geblänkel, oder? Oder Selbstheilungskräfte, man weiß es nicht. Vielleicht steckt Wolverine drin. Also gut, du weißt, wo du stehen musst. Wenn am Ende nur noch wir beide übrig sind, werde ich theatralisch zu Boden gehen. Im Schaugeschäft kenne ich mich bestens aus, Süße. Weh, verboxst es. Denk an deine Hälfte vom Preisgeld. Dann gehen wir doch zuerst auf Ultras. Ich weiß gar nicht, was für ein Level das ist. Ich darf wahrscheinlich jetzt gar nicht alles nutzen. immer. Hier lieber beim Turnhöhung hin. Hat man so etwas schon gesehen? Die Gegner gehen wie Fliegen zu Boden. Unglaublich. Wildheit? Wildheit, wie sie nur eine Megidin an den Tag legen kann. Grüß dich. Du bist als nächster dran, Gorbi. Den Sieg lasse ich mir nicht nehmen. Zeit für unseren Auftritt. Meister Tifon. Es ist, es tut mir ausgesprochen leid, aber ich werde euch, ich was, ich werde euer, ach, euer Näschen, noch einmal mit dem betörenden Duft rohen Goldtrüffels kitzeln müssen. Wir brauchen eure Nieser, um dem Krieger des Lichts einen stürmischen Empfang anzubereiten. Was auch immer. Ich muss sagen, dass ich mich schon fast an dieses stechende Geruch hoch. Die Trüffel sind gebraten und sie riechen überhaupt nicht mehr. Was hat das zu bedeuten? Hildi, Hildis Marm kommt jetzt vielleicht noch. Na, Werther Ultras, meldet sich der kleine Hunger heute mal in der Arena. Wie gut, dass ich Synthgot vorsorglich gebeten habe, die Trüffel anzubraten. Was? Das ist kein Schad schlägt, das sind Pilze, die normalerweise stinken sollen. Machen sie aber nicht, weil sie sind gebraten. Alles Rezept von Hildis Marm. Das darf doch nicht wahr sein. Warum dauert das denn so lange? Avilas Blickrichtung, das Tor in ihrem Rücken, irgendwer versteckt sich dahinter, lass es augenblicklich öffnen. Ungar. Der fliegt ja, deswegen, dem macht der geboden hat nichts aus. Jetzt schließt sich der Kreis. Was ist das für ein grässliches Geschöpf? Meister Typhon, wie nett, dass ihr gekommen seid, um mich anzufeuern. Der hat einen großen Mund. Dieses possierliche Kerlchen ist euer Meister Werther Ultros? Was für ein putziges Näschen er hat. Darf ich ihn mal streicheln? Okay. Das ist eine recht lustige Nebenquest. die sie übers komplette Spiel zieht. Und mit jedem Patch verlängert wird. Oder fast jedem Patch. Hey, das sieht ja genauso aus wie bei Aviras Klingenwirbel. Hat sie uns etwa die ganze Zeit mit diesem Monster um die Nase herum geführt? An der Nase herum geführt? Bitte vergebt uns mürrischer Aue. Avila hat uns dazu gezwungen die abgekaterte das Spiel mitzumachen. Genauso war es bestimmt. Wie kannst du es wagen, Ultros? Du bist doch mit dieser Sache an mich herangetreten. Es war unser großer Traum einmal in eurem wunderschönen Kolosseum zu kämpfen. Avila hat das schamlos ausgenutzt und uns unter Androhung von Rückverbannung zu ihren Komplizen gemacht. Leider wird schon nie gespielt. Mir war die ganze Sache von Anfang an nicht geheuer. Ja, jetzt wieder so reden. Ich meine, diese Frau kommt schließlich aus Alamigo, oder? Ganz genau. Für Geld tun diese lausigen Hunde alles. Es ist eine Schande. Tja, ihre Disqualifikation hätte sie wohl besiegel. Geschieht ihr recht. Aber, ach Gott, es guckt so traurig mit ihren blauen Augen. Nein, habe ich auch nicht gesehen. Ist das das, wo sie im Haus immer hoch und runter laufen? Diese Szene kenne ich. Wo sie von Stelle A zu Stelle B und wieder zurück müssen. Wenn das die Stelle ist, dann kenne ich sie. Ja, die war ziemlich witzig. Ja, die kennt man natürlich. Aber ich glaube, den ganzen Film habe ich nie gesehen. Ich applaudiere an euer großes herzwerter mürrische Aue. Gebt uns noch eine Chance. Lasst uns beweisen, was für ehrbare Krieger wir sind. Okay, und die Gresden Witcher 3 läuft endlich ab. Musst auch 10.000 Mal von A nach B laufen. Und wird es weiter geschickt. Okay. So. Selbst wenn Avila ausscheidet, bleiben noch Gorbi, Meister Typhon und ich. Und warum Meister Typhon? Der ist doch gar nicht angemeldet zu diesem Kampf. Warum darf der mitmachen? Und ihr könnt mir glauben, wir werden euch einen Kampf liefern, den euer Publikum so schnell nicht vergessen wird. Gorbi gegen das Kuriositäten Kabinett. Da hätte ich nichts gegen. Was soll er jetzt machen, Mirische Aue? Der Kunde ist König, ganz genau. Und nichts läge mir ferner, als das große Finale des Mitril Pokals abzubrechen. Unser Regelwerk sieht es zwar eigentlich nicht vor, aber wir werden den Endkampf als Gruppenkampf austragen. Allerdings nicht hier, wenn dieser überdimensionierte Kaugummi richtig loslegt, pustet er am Ende noch die Zuschauer von den Rängen. Das Finale wird nach Halatali verlegt. Was ist das denn für Glüfen unten am Kinn? Was? Da war noch jemand. Hopp.